Der Fakt D-Wert gerade nimmst du auf. Und dann schreibe ich doch mal. Dann schreibe ich mal mit L, mit H. Ja. Äh, nee. Moment. Ja. Und weiter. Au, 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 au. Wir ziehen euch ab. Ja, dann versuch's doch mal. Ach, ich seh grad, der ist... Oh nein, im gegnerischen Team. Das heißt, das ist nicht gut für mich. Da werd ich schon grad direkt wieder nervös. Dann schreibe ich einfach... Versuch es doch. So, jetzt fahre ich aber weiter. Ich guck gleich auch mal nach, ob das wirklich stimmt, dass sie uns abziehen. Äh, äh. Ich bin ganz so verwirrt. D. Aber ich bin bei D. Kein D-Wert in Sicht. So. Wir machen das schon, Leute, ne? Wo ist denn der Medikin? Nein, nein, nein. Ich wollte ja eine kleine Runde spielen. Hör mal Glas rein. Entschuldigung. Das ist so ein kleiner Insider, den ich immer wieder lustig find. Der wird nie langweilig. Darf ich mitfahren? Ich kann da jetzt leider nicht zurückschreiben, weil ich mich ja... Kann ich doch. Dann schreibe ich nämlich einfach mal... Silberling. Die wissen schon, was gemeint ist damit. So. Ich darf mich davon aber echt nicht so viel ablenken lassen. Wie viele Tickets haben wir denn noch? Oh. Wie war das? Wir ziehen euch ab. Hm. Sieht nicht so aus. Aber ich mache hier wieder einen Fehler. Und zwar laufe ich zu E. Das ist kein Fehler. Ich mache alles richtig. Oh, oh. Ich muss da rein und mich verstecken, weil hier ist dunkel. Und das ist immer... Hier ist nicht dunkel, aber egal. Medikit. Hallo? Wo? Nein. Ich höre da jemanden, ob ich sehen kann. Ah! Ach, verdammt. Verdammt. Hm. Wo bist du denn gerade? Also ich bin ja kurz davor, wieder hier drauf zu drücken. Aber das mache ich jetzt mal nicht. So, die Runde ist ja gleich zu Ende. Von wo? Von wo? Wieso sehe ich nie, von wo das kommt? Medikit. Oh Gott! Weg! Oh, Mensch! Warte mal. Warte mal. Warte mal. 5 zu 10. Na, über 3000 Punkte. Immerhin. Nee. Es war ja schon schlechter. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich muss hier weg. Hilfe! Äh! Hilfe! Lass mich in Ruhe! Hey! Ja, komm, ich weiß es jetzt. So, wo bist du? Geh mal bitte vor. Hilf mir mal. So, jetzt will ich aber mal ein paar Leute töten und, äh, beziehungsweise ich möchte schießen und auch treffen. Ah, nee. Ich habe mich anders entschieden. Ich werde jetzt den einnehmen und, äh, trotzdem jemanden erschießen, den ich gerade nicht sehe. Da geht's aber! Ha! Was soll das? Versteck dich nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warte, warte, warte. Warte, nein, weg! Kranate! Lass mich durch! Oh, Mensch! Oh nein! Oh. Hm. Da hat er mich dann doch noch gekriegt. Dankeschön. Aber warten wir es ab. Meine Zeit wird kommen. Und dann werde ich auch dich töten. Ja. Dann werde ich auch dich töten. So. Hä? Laufen wir mal? Er war zuletzt bei C. Das heißt, ich werde jetzt auch wieder zu C laufen. Und da vorne war jemand und da vorne ist jemand. Haha, der wird von so weit weg. Stirb. Stirb. Ich weiß jetzt schon, dass er gleich Rache nehmen wird. Und ich sicherlich dafür 20 Mal sterben werde. Aber das war es wert. Wer ist das? Das war es mir wert. Nee, der Witz ist alt. War das jemand von mir? Oder bin ich jetzt super blind? Hua! Verdammt. Ich hab's ja gesagt. Jetzt jagt er mich. Aber ist egal. Ich konzentriere mich jetzt einfach auf die anderen. Ich ignoriere den jetzt völlig. Wo ich den jetzt gerne nochmal töten würde. Oh. Ist auch schön. Äh, du fliegst ein bisschen, ähm... Oh, ich bin grad ein bisschen schlecht. Das war aber nur ein kurzes Vergnügen. So, Dr. Affenkopf. Bist du vielleicht zufälligerweise bei C? Ah, wunderbar! Wunderbar! Das ist super! Das ist wirklich super! Ich mag Dr. Affenkopf. Aber irgendjemand steht da draußen. Ah, ich sehe schon. Muss hier aber auch aufpassen. Jetzt will ich auch gar nicht unbedingt rausgehen. Weil ich merke ja schon, dass da draußen... Aber die Runde ist gleich zu Ende und mein Team hat gewonnen. Das weiß ich. Und ich bin immerhin in der Mitte. Nee, jetzt nicht mehr. Oh Gott. Ja! Mein Team hat gewonnen. Wunderbar! Natürlich nicht durch mich, aber... Ich bin froh, im Gewinnerteam zu sein. Oh, ich bin 14 Mal gestorben, aber ich habe 6 Leute getötet. Oh, Leute, ich habe 6 Leute getötet. Ich habe wenig Flaggen eingenommen diesmal. Und bin dann ja schon ein kleines bisschen stolz auf meine Punkte, muss ich sagen. Ah, schön. So. So. Und so. Überspringen. 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 So, und damit sage ich dann mal, bis zum nächsten Mal. Und ich freue mich schon drauf. Und jetzt bin ich 7. Und ich bleibe 7. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye. 's. Vielen Dank.